Haha! Yes! Ja! So ein Ding muss einfach an jeder Compilation drin sein! So ein Ding muss einfach an jeder Compilation drin sein! Das kann jetzt nicht mein Ernst sein. Den ganzen Tag bist du am Pennen und wenn ich iRacing Idiots of the Week gucke und die Tastatur brauche, da kommst du angekleckert. Da geht's schon wieder los. Schon dreimal die Tastatur gedrückt. Okay. Seid ihr bereit für iRacing Idiots of the Week? iRacing Idiots of the Week Ich liebe dieses Intro so sehr Oh Alles klar Okay, da hab ich uns gesehen Okay, Alex hat nicht gelogen, als er gesagt hat vorhin, dass das wild ist Fuck, Alter Stell dir mal vor Du fährst durch die Kurve und auf einmal Hello, ne? Es ist Spaß Es wird gut Es ist Camelstrain Und er lebt Fantastisch Einfach ein Macher Der BMW Der BMW Einfach in den Rückspiegel geguckt Ich sag's euch Der saß im Auto Guckt nach oben in die Mitte in den Rückspiegel Ich weiß, was jetzt passiert Ich weiß, was jetzt passiert Ich bremse pro Forma einfach noch viel mehr Und fahr die Linie weiter Und das sieht man auch Dass er das macht Guck, pass auf Er bremst sehr früh Fährt extra nach außen Einfach komplett erschossen Er morbelt Ich glaub, Rennen ist vorbei Es war keine Red Bull Livery Oh 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 Trucks Auf den Toner And It's a big one Ja, das ist auf jeden Fall A very big one Ja Doch Das war Sehr big Okay Oh, die rennt sie gar nicht Was war das? Hat der da gebremst? Auf ein Oh Das sind schon mal 8x Ich fahr jetzt in die Box Nee, du Leute Ich sag wie es ist Ich mach jetzt Boxenstopp Oh, hier kommt der noch mal Du, ich glaub der hat morgen Kopfschmerzen Nee, ich lass dich nicht durch Am Arsch dran Nee, 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 nee Das ist meine Linie Oh, komplett erbohrtet, Alter Nee 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 Oh Der läuft noch Mager, der läuft noch Wisst ihr, man regt sich immer über die ganzen Rejoins auf, ne? Wirklich, man regt sich immer darüber auf. Aber wenn du keinen Spotter hast und du hast keinen Triple Screen, dann siehst du das halt einfach nicht. Manche Leute legen sich auch die, die nicht gucken nach links oder rechts, Taste belegen die sich nicht. Und dann sind sie aufgeregt, gerade bei den Rookies und dann kommt das dabei raus. Ganz ehrlich, man kann darüber irgendwie auch gar nicht sauer sein, weil man, man kann nicht sauer sein. Man kann wirklich nicht sauer sein, weil wir haben das alle schon hinter uns. Wir haben das alle schon hinter uns. Oh, hier ist aber viel. Oh, da hinten ist einer weggeflogen. Der kommt jetzt. Doch nicht. Das wird ein Abmaß. Das wird ein Abmaß. Der hält das Auto noch. Ich gehe krachen. Ich gehe krachen. Der lebt noch. Okay. Alright. Oh no. Da kannst du auch nichts machen. Da brauchst du auch nicht bremsen. Nichts ABS. Einfach tot. Du kannst sterben. Okay. Okay. Oh no. Monster turn. Jetzt kommt er. Warte. Er kommt. Er kommt. Yes. Ja. So ein Ding muss einfach an jeder Compilation drinnen sein. So ein Ding muss einfach an jeder Compilation drinnen sein. Das ist mein absoluter Favorit. Können wir das bitte nochmal sehen? Das erheitert mich einfach. So. Der hat aber auch gerade so durchgepasst. Du hast sogar das Blech noch gehört. Du hast das Blech gehört, wie er am Audi gekratzt hat. Oh. Guck dir das an. Hör. Ich liebe diesen Unfall. Es ist doch Spaß, oder? Wow. Du, ich glaube, der geht nicht mehr. Good News. All damage is repairable. Oh, den hat er noch. Bagger, den hast du noch. Oh, bitte jetzt mach nicht so einen heutigen Rejob. Nee, okay. Ich muss ja mal bei Trucks, muss ich gucken, ob man, äh, ob man das Yeet-Auto sieht. Und vielleicht schafft es ja irgendwann mal, äh, äh, Andreas da rein. Oh, oh. Oh, oh. Der vorne freut sich. Der fährt erstmal ein Rennen für sich alleine. Das ist übrigens jetzt ein schlechter Witz. Deswegen fährt man nicht mit Logitech-Lenkrädern. Da kriegt man den Side-Rhaft nicht mit, Kappi. Da rattert es immer nur im Lenkrad. Und man merkt nicht, dass er rüberzieht. Oh, Mann. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir sowas nicht auch schon mal in Real Life gesehen, nicht? Und dann mehr als stehen kann er nicht. Oh, nein. Scheiße. Und dann ist das Auto. Oh, Mann. Jetzt kommt der, warte. Er kommt. Bitte komm jetzt noch. Alter, was ist da los, Junge? Oh. Oh, das muss schon fortgeschritten sein im Rennen. So viele Autos wieder gefehlt haben. Huch. Ei, Karamba. Oh, ist das Spielberg? Das Spielberg, oder? Tatsächlich. Ja, das Spielberg. Oh, no. Okay. Kommt nochmal ein fantastischer Rejoin? Ne. Die Kurve scheint wohl nicht so einfach zu sein. Du, beim schaffen, geht glaube ich nicht mehr. Komplett geh in der Ausdruck. Scheiß, Assi, Alter. Fährt der mir hinten rein? Oh, er hat sich auch Mühe gegeben. Also, ich sag mal so, beim olympischen Turmspringen hättest du wahrscheinlich, äh, gewonnen. Warum haben wir eigentlich... Oh, super selten. Ich glaub, Auto wohnt nicht rum. Rallycross. Oh, geil. Haben wir auch alle schon gehabt, dass wir uns, äh, vertütert haben und dann nicht durchgekommen sind. Ach, iRacing Idiots of the Week. Schöne Folge. Die hat mir gefallen. Die hat mich abgeholt. Die hat mich abgeholt. Die hat mich abgeholt. Wahrheit 으 famille. aptainية. Die hat mich abgeholt.